CB Donnerstag KW 20 2020, mit CBD Abhilfe schaffen bei Regelbeschwerden. Und, läuft's, ich glaube, ich kenne inzwischen ziemlich viele Witze über die Tage, in denen sich die meisten Frauen, höflich formuliert, nicht ganz auf dem Damm fühlen. Was ich hingegen sehr lange nicht kannte, war ein adäquates Gegenmittel. Und genau deshalb gibt es heute für alle Leidensgenossinnen dieses Thema zum CB Donnerstag. Fast jede kennt diese Situation, die Haare sind strähnig und fettig, noch bevor sie die Bürste berührt hat, Hautunreinheiten leuchten in allen Farben, der Bauch fühlt sich unwohl und aufgebläht an, und Krämpfe im Unterleih behindern einen am aufrechten Gang. Dazu bekommt man aufmunternde Kommentare Alana, schlechte Laune während der Regel, oje, der arme Freund, jetzt verrate mir mal bitte jemand, wie sich die Laune heben soll, während man das Gefühl hat, dass die Eingeweide von einem Thermomix durchgeknetet werden. Mann, Frau, entwickelt sich dann eben zum Experten in Sachen Schmerzmittel und hat stets den genauen Überblick über das Sortiment am Markt. Dass das natürlich nicht gerade die Gesundheit fördert, ist uns Frauen bewusst. In Nitzalternative bleibt uns aber nichts anderes übrig, als die Nebenwirkungen jahrezentilangen Schmerzmittelgebrauchs zu tolerieren. Schließlich hat kaum eine Frau die Möglichkeit, sich während dieser Tage aus ihrem Leben zurückzuziehen und sich mit Wärmeflasche und Tee auf das Sofa zu kuscheln. Abgesehen davon, dass die Schmerzen oft so übel sind, dass wir uns auch mit Wärmeflasche und Tee noch wie das Hinterletzte fühlen. Übrigens haben gar nicht so wenig Frauen während dieser Zeit auch nach das Glück, eine Migräneattacke zu erleiden. Regelschmerzen? So viel mehr als schlechte Laune. Nein, ich habe nicht den heiligen Graal gegen Dysmenorhe, so der medizinische Begriff, entdeckt. Aber ich kann etwas mit euch teilen, was tatsächlich ein wenig Erleichterung verschafft und dabei hilft, ein paar Schmerztabletten einzusparen. Nachdem ich am CB Donnerstag davon berichte, liegt ihr richtig mit der Vermutung, es hat was mit Hanf zu tun. Nauer gesagt, geht es diesmal wieder konkret um das CBD-Öl. Erläutern wir einmal kurz, woher Regelschmerzen eigentlich kommen. Kennt hier noch jemand die Zeichentrickserie? Es war einmal, der Mensch, also, während eines Zyklus verdickt sich die Schleimhaut in der Gebärmutter. Ohne Befruchtung hat auch kein Ei Bedarf daran, sich hier einzunisten, und so wird sie wieder abgestoßen. Die Regelblutung ist also eine Mischung aus Teilen der Gebärmutterschleimhaut und Blut. Warum selbige in der Werbung immer so ätherisch rein und gletscherblau dargestellt wird, erschließt sich mir übrigens nicht. Für das Abstoßen der Gebärmutterschleimhaut sind Muskelkontraktionen notwendig, die unterschiedlich intensiv ausfallen bzw. wahrgenommen werden. Von leichtem Ziehen bis wehenartigen Schmerzen sind alle Intensitäten vertreten. Die Schmerzen beschränken sich oft nicht nur auf den Unterbauch, sondern betreffen auch den Rücken und ziehen bis in die Beine. Auch die Brust reagiert oft sehr empfindlich auf Druck. Zu allem Überfluss sind auch Übelkeit und Durchfall in diesen Tagen keine Seltenheit, und wer den Volltreffer gelandet hat, bekommt eine gratis Migräneattacke obendrauf. Klingt verlockend, nicht wahr? Vielleicht kann man uns einen Teil der schlechten Laune nun ein wenig nachsehen, denn unter diesen Umständen funktionieren zu müssen, ist eine ziemlich reife Leistung. CBD-Öl Schmerzstillend und krampflindernd Geht es nach der Schulmedizin, haben Frauen folgende Möglichkeiten, die Einnahme der Antibabübele, Naproxen, Buprofen, Paracetamol, nichtsteroidale Antirheumatika oder eine Geburt. Dies kann unterstützt werden durch Wärmetherapie, Akupunktur, homöopathische Mittel und Nahrungsergänzungsmittel. Das CBD-Schmerzstillend und krampflösend wirkt, wurde inzwischen hinlänglich dokumentiert. Das körpereigene Cannabinoid-System verändert sich anscheinend während krampfartigen Beschwerden, es mangelt an körpereigenen Endokannabinoiden. Was ist also besser dazu geeignet den Mangel zu beheben als CBD? Die Endokannabinoide werden auch dazu gebraucht, Schmerzen abzuwehren, indem die Schmerzrezeptoren im Gehirn blockiert werden. Auf die Schmerzrezeptoren der sensorischen Nervenzellen, wie den Vanilloid und den Glycin-Rezeptoren, hat CBD einen nachgewiesenen positiven Einfluss. Die Vorgänge rund um die weibliche Periode werden von Hormonen gesteuert. Dazu gehört auch, dass beispielsweise in den Tagen vor den Tagen die Konzentration von Serotonen sinkt. Dieses Hormon wird aber notwendig gebraucht, um die Stimmungslage zu regulieren, den Appetit zu steuern, auch auf die Stresstoleranz nimmt Serotonen Einfluss. Leiden wir zusätzlich auch noch an einem Mangel von Vitamin B6, B12, Vollsäure oder Zink, sitzen wir gereizt und depressiv mit einem Glas Nutella am Küchenboden. CBD wirkt sich positiv auf den Serotonin-Spiegel aus, da Endokannabinoid-System und Serotonin-System eng miteinander verknüpft sind und auch voneinander beeinflusst wird. Cannabis scheint Studien zufolge die Fähigkeit zu besitzen, die Wiederaufnahme und die Verstoffwechselung von Serotonin zu hemmen. Für den richtigen Effekt stellt die Dosis den entscheidenden Faktor dar. Diesen für sich herauszufinden, kann man eigentlich nur probieren. Dadurch CBD keine nennenswerten Nebenwirkungen zu erwarten sind, steht dem auch eigentlich nichts im Wege. Den ersten Versuch sollte man am Wochenende starten, falls möglicherweise stärkere Müdigkeit auftreten sollte. CBD kann uns also helfen, aus dem Kreislauf von Schmerzen aller Art und Stimmungsschwankungen auszubrechen. Unruhe, depressive Verstimmung und Gereiztheit kann ebenso wie Schlafstörungen und Appetitschwankungen durch die Einnahme von CBD-Öl reguliert werden. Wertvolle Inhaltsstoffe im CBD-Öl CBD-Öl wird aus Blüten und Blättern der Hanfpflanze gewonnen. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass es sich um hochwertiges CBD-Öl handelt. Bei dem auf chemische Zusätze, Pestizide oder Gentechnik verzichtet wurde. Das zertifizierte CBD-Öl von Nordic Oil erfüllt beispielsweise komplett diese Anforderungen. Auch der THC-Gehalt liegt natürlich bei bzw. unterhalb den erlaubten 0,2%. Im CBD-Öl sind aber auch wertvolle Sporenelemente enthalten, wie beispielsweise Phosphor, Magnesium, Natrium, Zink, Eisen oder Kalium. Vor allem Eisen ist durch den monatlichen Blutverlust ein wichtiges Spurenelement für den weiblichen Körper. Bei Regelschmerzen sollte ein CBD-Öl von mindestens 5% Gehalt gewählt werden. Der optimale Start sind 3-5 Tropfen, die unter die Zunge geträufelt werden. So können die Wirkstoffe bereits über die Mundschleimhaut aufgenommen werden und die Wirkung wird beschleunigt. Dann können wir zum Abschluss ja noch einen Periodenwitz anbringen, wieso schmieren Blondinen Sonnencreme auf ihre Tampons, weil sie im Radio gesagt haben, dass eine sonnige Periode bevorsteht. In diesem Sinne Kopf hoch und gute Besserung.